Und hallo und komm zurück zu Tibetan Quest Beyond World's End, ja irgendwie so, ich hab's schon ja vergessen, das gibt's doch nicht. In Deutschland auf jeden Fall, Suri in Tibet, jenseits des Endes der Welt. Peter, haben wir eine Suppe gekocht, der kriegt erst noch eine Suppe von uns. Danke, Frau Pearson. Mein Name ist Peter Smith und ich bin einer von Larissa's Kollegen, die sie auf dieser Reise folgen. Larissa und Roger waren aus in den Mauten, arbeiten auf ein paar Excavations, wenn dieses strange Blizzard set in und sie wurden zerbrochen. Hier, take these notes. They were drawn by Larissa. Take this item as well. It will gain you access into the temple they were working on. Please, Frau Pearson, be careful. Okay, Herr Pearson, sind wir immer noch auf der Sohe nach unserer Nichte. Und wir haben jetzt auf jeden Fall den Schlüssel, welches ich beinahe gesagt, dass wir hier reinkommen. Okay, stell das Bild wieder her, indem du die Einzelteile an den richtigen Stellen platzierst. Nur bedacht nach beide Sechsecke können die Plätze tauschen. Ähm, dazu muss ich erstmal wissen, wo oben und unten ist hier. Das geht zum Beispiel nicht. Das geht, weil ich weiß ja nicht mal, wo wir hinmüssen hier. Was wird denn das da oben? Das sieht aus wie eine Hand. Eine Hand. Ähm. Gute Frage. Können wir das da hinlegen? Das sieht aus, als könnte das passen. Ich bin mir nicht sicher. Das geht hier runter. Das kriegt aber eine andere Farbe, glaube ich, ne? Wie kann ich hier ändern? Ah, hier geht der Vogel los. Okay, das könnte passen. Das ist blau. Das ist blau. Du musst nach unten erst mal. So. Das könnte passen. Das ist ein Stück von Fuß. Mal rein. Mal rein. Ne, das passt, glaube ich, nicht. Ähm. Gute Frage. Wie mache ich denn das jetzt? Das geht aus dem Gesicht. Oder ist das nach oben? Das geht darüber. Merkwürdig. Das ist ein Gesicht hier auf jeden Fall. Das war verschieden gewesen. Sieht so aus, nicht wahr? Ich bin mir nicht sicher. Achso, das ist auch fest definitiv. Das heißt, nur hier in der Mitte muss ich das machen. Okay. Das kann ich auch nicht definieren. Hm, da ist ein Stück von, äh... Das kann ich auch nicht ändern. Okay. Was kommt denn dann da hin? Das sieht aus, als gehört das hier oben zu einem Rahmen von irgendwas. Das können wir nicht ändern. Das gehört hier unten hin. Das gehört aber nicht dahin, oder? Ne, das passt da nicht. Das passt hier nicht. Ähm. Da ist ein Grün. Könnten wir das da hinpacken? Das könnte passen, aber das passt doch hier nicht mehr. Da ist ein Stück vom Schild. Jetzt bin ich verwirrt. Das sieht aus, als gehört das zusammen. Ne, wie ich da mal hin. Der Vogel, weiß ich jetzt auch nicht genau, wo das hin soll. Das Ding muss dann hier unten hin. So, vielleicht. Hm. Das sieht aus wie ein Stück vom Kreis. Das gehört aber hier zusammen. Da ist auch irgendwas. Das ist merkwürdig. Drehen kann ich die, glaube ich, nicht. Äh. Das ist ein Teil von dem Schild, oder so. Ich bin mir nicht sicher. Wo kommt denn das Teil hin? Das ist eine Kralle. Das kommt da hin. Das kommt da hin. Ich weiß ja nicht, wo ich dieses Schildteil hinpacken kann. Kommt das vielleicht da hin? Das würde von der Form her passen, aber es passt hier nicht rüber. Ich bin verwirrt. Äh. Da ist ein Fuß. Das passt hier alles nicht, ne? So. Da kommt irgendwas Rotes jetzt hier. Die Frage ist was. Das sieht aus wie eine Vogelspitze. Könnte vielleicht sogar passen. Ich bin mir nicht sicher. Das Teil gehört da aber nicht hin. Da gehört das Teil. Der Rahmen? Das könnte ein Teil vom Rahmen sein. Ich bin mir nicht sicher, oder? Das könnte ein Teil vom Rahmen sein. Die Dinger gehören zusammen. Ich weiß aber nicht genau, was ich mit Dings anfangen soll. So. Das passt nicht an der Stelle. Das ist irgendwie anders. Das ist okay. Was kommt denn da dann hin? Das ist noch ein Fuß. Der kommt aber woanders hin, dann, oder? Das sieht aber aus, wenn das passt. Wobei, das könnte passen hier sogar. Aber wo kommt das denn? Das passt hier irgendwie nicht zwischen. Da unten, das passt. Die beiden. Aber das passt nicht. Oh, okay. Überlebender. Sehr schön. Oh, oh. Helfen die uns nachher vielleicht alle noch, wenn die alle lebendig werden? Die Tür eben abgebrannt. Ah, der ist abgebrannt. Okay. Dann gehen wir in den Tempelinnerem. Das Fresse sieht sehr interessant aus. Es scheint die Anleitung zum Zusammenbauen eines Tempters zu sein. Okay. Die Kette ist gut befestigt. Vielleicht reicht mir ein Teil davon. Okay. Wir müssen gucken, was man davon gebrauchen kann und was nicht. Hier wimmelt man eine Runde. Ein blauer Drache. Ein Geteiltzeichen, das gerade abgehauen ist. Okay. Ein Papierbecher. Da ist ein Geteiltzeichen. Ein Papierbecher. Ein Stethoskop ist hier. Ein Pinguin ist da. Die Zeitung ist hier. Ein Orang ist da. Ein Teddy ist hier. Ein Pferd ist nicht zu sehen. Das Drache. Die Vier habe ich vorhin gesehen. Und das ist das andere hier. Sehr merkwürdig. Blauer Drache. Ist das das, was ich brauche? Jo. Okay. Den brauchen wir. Ein Papierbecher. Ein Pferd. Eine Axt. Ein Apfel. Ein Apfel. Axt. Die Vier. Ist das hier? Das Pferd. Wo ist denn das Pferd? Ein Papierbecher. Da weiß ich noch nicht genau. Kann ich hier noch irgendwas anklicken? Ich bin gerade am rüberhoffern hier. Und hoffen, dass hier irgendwas ist. Da ist der Papier. Aber ich finde es gerade nicht. Wir brauchen noch ein Pferd. Wo ist denn das Pferd? Ich sehe es gerade nicht. Ist es irgendwo aufgemalt oder so? Da oben. Ganz klein. Okay. Jetzt habe ich eine Axt gekriegt. Was mache ich mit der Axt? Okay. Ein tolles Beispiel. Das ist ein Buntfensterglas. Okay. Da ist ein Schlüssel. Die Bände. Ist hier auch noch. Der ist kaputt. In dem Gefäß scheint etwas Wichtiges aufbewahrt zu werden. Leider lässt sich der Deckel nicht öffnen. Dann hau ich wieder Spitzzeuger rein. Okay. Einen Griff haben wir gekriegt. Der Gung unterscheidet sich von den beiden anderen. Okay, scheiße. Ich glaube, ich kann da draufhauen. Sehr merkwürdig. Okay. Da ist nichts mehr. Das könnten wir so machen. Da ist noch eine Münze. Hier ist... Ist hier eine Münze? Ich sehe gerade keine. Da ist noch was. Sehe ich gerade nicht. Okay. Können wir hier noch irgendwas machen? Eine goldene Startuhr. Da ist nix. Was haben wir hier? Ein magisches Zepter. Leider muss es erst aktiviert werden. Nehmen wir das mit. Was haben wir denn hier? Ein Drachenauge haben wir mitgenommen. Okay. Interessant. Können wir hier vorne noch irgendwas machen? Irgendwas, was wir benutzen können? Was wir mitnehmen können? Können wir das Drachen Auge dafür benutzen? Ich glaube nicht, ne? Ne, wir sind einfach. Achso, hier. Den kann man das nicht. Okay, jetzt mal die Dinge finden. Das Vorderrad ist Gong Hamas. Wo ist der Griff? Ich muss jetzt den Griff finden, oder was? Achso, den Lappen können wir mitnehmen, oder? Können wir auch nicht. Okay. Der Hammer für einen Gong. Aber er braucht halt noch einen Stiel. Können wir hier von der Bar so ein Ding nehmen, oder nicht? Anscheinend nicht. Na gut. Das will etwas Spezielles sein. Die Frage ist, wo finden wir das? Das weiß ich noch nicht ganz. Da könnten wir rausgucken. Magisches Zettel, also muss das aktiviert werden. Mit Eis. Da ist nix. Tja, wir können da im Gong gerade nix machen, weil wir noch ein Teil brauchen. Hm, wie machen wir das denn? Erstmal eine Münze. Wir haben 9 von 11 gefunden. Krass, da fehlen noch zwei Dinger. Hier haben wir auch eins gefunden. Hier hatten wir auch eins gefunden. Hier haben wir auch eins gefunden. Hier war ich auch eins gefunden. Das war knapp. Hm. Dann konnten wir jetzt auch nix mehr machen. Wir brauchen halt den Griff. Die Frage ist, können wir den Griff nicht von der Axt nehmen? Nee. Wäre zu schön wahr zu sein. Hm, Gong. Buntglasfenster. Wozu brauche ich die Axt? Wo brauche ich das da ein Auge für? Fragen über Fragen. Da war nix. Das muss jetzt aktiviert werden. Hier. Nee. Der Axt auch nicht, ne? Da müssen wir noch gucken. Tja. Ich suche immer noch die anderen Sachen. Da in der Auge drüber laufen, wenn ich gerade ein bisschen ruhiger bin, weil ich halt versuche, mich ein bisschen zu konzentrieren, können wir hier ein Teil mit dem... Wir brauchen ein Sägeblatt, ne? Ich brauche ein Sägeblatt. Hier ist ein Sägegriff, aber kein Sägeblatt. Statt wo ich's, äh... Golddrafen. Hier ist nichts. Buntglasfenster. Sehr merkwürdig. Ich weiß auch nicht, ob wir hier noch irgendwas anderes mitnehmen können. Nee, hier ist es jetzt, ne? Sieht nicht so aus. Hm. Wobei, können wir unten da die Blume irgendwie? Nein, können wir auch nicht. Okay. Ich dachte, dass wir da vielleicht noch was finden, aber auch nicht. Das ist ein bisschen schwierig. Wofür brauche ich denn den? Das muss ich noch wegschaufeln. Na, mein Freund. Tja, mit dem kann ich nicht quatschen. Da kann ich hier noch reingucken, aber das ist schwierig, weil ich den Griff brauche. Wofür brauche ich denn die Axt? Muss ich noch irgendwas veraxen hier? Ich will nicht sehen, was hat denn unsere schlaue Karte? Ist das die Karte hier? Wir müssen hier noch was machen in dem Raum. Okay. Was können wir denn hier noch machen? Oh, hier. Hier im Loch ist was. Ist es etwas, aber ich komme leider nicht ran. Können wir das? Nee. Da komme ich nicht ran, hm? Da ist ein Sägeblatt hier. Können wir zufällig noch ein Sägeblatt? Das hier aufsägen? Nee, wir sind zu einfach, ne? Ja, welche wollen wir leben? Nicht drauf überrote. Nur die Deckel da. Hier müssen wir jetzt... Nee, auch nichts. Was mache ich denn mit der Säge? Wo brauche ich denn die Säge? Müsste ich irgendwas absehen? Wie gesagt, ein Holzstiel irgendwo, ne? Weil das eine Holzsäge ist. Das sind die Guldierkele, die habe ich echt nicht gesehen. Wir haben eine Holzsäge. Wir brauchen irgendwas zum Sägen aus Holz. Ich weiß leider nicht genau, wo wir das hernehmen sollen. Hier draußen nur noch? Auch nicht, ne? Das weiß ich jetzt gar nicht. Das war knapp. Hm. Tja, ich fürchte, wir müssen nochmal weiterschauen. Und das schauen wir uns dann in der nächsten Episode an. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.